Hallo, herzlich willkommen beim Teleshopping-Kanal von Frau Blum, Boutique Erotik in Stuttgart. Heute möchten wir euch mal was ganz anderes vorstellen. Und zwar geht es jetzt nicht um Shopping, sondern es geht um unsere Abendveranstaltungen. Seitdem wir Frau Blum geöffnet haben, war es für uns ganz wichtig, dass wir die Kultur mit ins Boot holen. Ein Institut für sexuelle Bildung. Und das haben wir munter betrieben die ganzen Jahre über. Und inzwischen ist das so wirklich ein Markenzeichen für uns. Wir haben wahnsinnig tolle Referenten aus ganz Deutschland und auch aus der Schweiz, sogar aus den USA bei uns. Und wir sind sehr glücklich darüber, weil das alles die super Profis sind in Sachen Partnerschaft, Sexualität, Bildung und so weiter. Jetzt in der Corona-Zeit mussten wir alle Veranstaltungen absagen. Und wir haben umgeswitcht auf Online-Vorträge. Wir machen die über Zoom und die Referenten können entweder bei sich zu Hause sein oder auch bei uns im Laden. Und das ist ganz toll, weil interessanterweise wir auch über dieses Internet-Medium trotzdem eben diese Atmosphäre einfach vermitteln können. Und da geht es zum Beispiel um Liebesschule. Da geht es um sexuelle Persönlichkeit. Da geht es um, wie macht man es? Wie macht man eine Intimmassage für Männer? Wie gehen die Griffe oder respektive für Frauen? Und das ist so spannend. Und wir sind euch auch wirklich total dankbar, weil ihr alle das so toll angenommen habt. Und insofern schaut doch mal einfach auf unsere Seite unter Veranstaltungen. Da ist ganz viel drin und ich bin sicher, da ist was drin, was euch interessiert. In diesem Sinne, schaut vorbei und unterstützt uns.